Jo. Und einen Part mache ich aber noch. Ein Pärtchen. Ja. Ein Pärtchen Overlord mache ich noch. Ähm, jetzt haben wir natürlich noch Quests im Dunkelwald. Ja. Eigentlich könnten wir jetzt auch im Dunkelwald weitermachen. Aber... Ich hole mir ganz kurz die blauen. Das hat seinen Grund. Ich hasse die Roten. Die Roten sind scheiße. Ich hasse die Roten. Die Roten sind die... Die Roten sind scheiße. Halt, falsche Richtung. Ja, ganz kurz. Das ist korrekt. Verdammt. Wenn ich mich an den Weg erinnere. Also ich mag die Roten nicht. Das ist, ähm... Ja, ich mag die Roten nicht. Die Roten... Die Roten mögen mich nicht. Ich mag sie nicht. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Nein, es ist nicht offiziell, Kisuke. Natürlich. Die Blauen verstecken sich an einem schönen, feuchten Ort. Geht er und holt euch ihr Nest. Sony hat nichts anzukündigen. Das haben sie ganz eindeutig, ganz, ganz groß gesagt. Ja, es gibt für drei, vier Spiele gibt es auf der Playstation 4 einen PS2-Emulator. Das ist korrekt. Aber sie haben nichts dergleichen anzukündigen, dass irgendwie dieser PS2-Emulator auch noch weitere Spiele unterstützt oder ähnliches. Also nein. Das Ganze ist absolut nicht offiziell. Sony hat gesagt, sie haben dazu nichts anzukündigen. Ob das in der Zukunft irgendwann passieren wird? Sehr wahrscheinlich, da das existiert. Aber, ähm... Das wird noch länger dauern. Noch einiges. Und außerdem wird das ja auch nur für ausgebetete Titel sein. Genauso wie bei der Xbox 360 und der Xbox One. Ach. Aber sie sind heiler. Wie ihr seht, Herr, können die Blauen Wasser überqueren. Diese Fähigkeit braucht ihr, um euch das Nest zu holen. Moment mal. Ich brauche, um mir das Nest zu holen, die Fähigkeit, Wasser zu überschreiten. Am I right? Aber wie soll ich denn... Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, ich... Fiss. Den verstehe ich nicht. Oh, ähm... Einfach drauf. Ich kann ja auch alle nehmen. Könnt ihr erst nächst nicht zerstören? Könnt ihr nicht. Okay. Also das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Ich kann... Da ist das blaue Nest. Bringt es in den Turm. Bringt die Kleinen nach Hause. Könnt ihr das bitte nicht tun, was ihr da gerade tun wollt? Dankeschön. Ich weiß genau, was ihr gerade vorhattet. Das ist nicht geil. Wolltet euch gerade alle in den Suizid stürzen. Ihr habt das schon gesehen. Lasst das mal. Ah, okay. Ah, okay. Okay. Äh, kommt mal her. Oh, Scheibenklasse. Was jetzt? Die blauen brauchen noch Hilfe, Herr, bevor sie zu Vogelfutter werden. Ja, das würde ich ja gerne tun, aber ich habe gerade einen ganz anderen. Oh, Scheibenklasse. Lapp diese Vögel mit Hilfe der Eier weg. Und wie? Ja, ich komme gleich. Oder so. Oh, Moment. Oh, wenn mir jetzt hier doof kommt. Ich will mal eben... Ich nehme stark an, ich brauche die blauen dafür. Deswegen. Machen wir mal eben hier einen auf. Eins, zwei, drei, vier, trifft. Irgendwen habe ich anscheinend noch hier. Diese Blauen helfen euch, das blaue Nest in den Turm zu bringen. Ja, nee, gerade nicht. So. Blaue. Ah, das war... Das war nicht schlau. Man merkt, das war nicht schlau. Hallo? Also, halt, stopp. Das ist falsch. Komm mal wieder zurück. Oh, fuck. Jetzt habe ich natürlich... Alle! Perfekt. Moment, alle. Braunen runter da. Alle. Grünen runter da. Okay. Moment mal. Im Kötter wird immer alle eben da unten bleiben, bitte. Und ihr bitte auch. So. Sind da noch Gegner? Ja, da ist noch ein Gegner. Okay, jetzt muss ich halt nochmal mit dem Blauen mich hier anfronten. Achso, der ist so... Oh, der ist schon alleine. Komm her. So, du musst leider nochmal helfen. Falsch. Ja, ich bin schon besser. Ich hab gelernt. Komm mal her. Warum springt ihr ins Wasser? Okay. Well, that worked. Ja, aber die springen noch nicht in ihren freiwilligen Tod. Also, eigentlich sollten sie das nicht. Ich sagte, sollten sie nicht, aber tun sie trotzdem. Naja. Achso, ich wollte alle steuern, bitte. So, von dem Braunen. Die möchte ich gerne hier abstellen. Dankeschön. Ähm. Kommen wir zu dem Blauen. Das wird jetzt noch eine kompliziertere Steuerung hier. Ähm. Packt mal mit an. Okay. Äh. Meine Braunen. Komm mal bitte mit mir. Naja. Habe ich jetzt nur die Fünf oder habe ich alle? Natürlich habe ich alle. Nur die Blauen können Wasser überqueren. Wir brauchen das Blaue Nest. Ach, wirklich? Alle. Blaue Lebenskraft, Herr. Ich muss euch ja wohl nicht sagen, wozu die gut ist. Nein, musst du nicht. Dankeschön. Wie heißt er eigentlich? Also, dieser... Ja. Dieser... 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 Whatever he is. Ratgeber. Der Alte. Okay, wir nennen ihn der Alte. Ist der Alte nicht eine Krimi-Sendung? Auf ZDF oder so? Okay, das war eventuell ein großer Fehler. Ich habe gerade meinen einzigen Kämpfer weggestellt. Ich glaube, das war dumm. Geht mal weg, geht mal weg, geht mal weg. Die Blauen sind immun gegen Magie. Und sie sind die einzigen Schergen, die magischen Geschöpfen wie diesem Irrisch-Sendung zufügen können. Oh, okay. Könnt ihr bitte nicht an dieses Ding gehen? Bitte. Kommt bitte her. Habt ihr nämlich noch Sachen vergessen? Wir haben hier Muscheln, wir haben hier Pilze. Guck, seht ihr mal. Da kriegen wir sogar Schwimflossen und sowas hier. Oh, jetzt kommt auf einmal Musik. Das wundert mich tatsächlich ein bisschen. Hier ist kaum Musik im Hintergrund. Jetzt ist tatsächlich endlich mal Musik da, aber... Was schon sehr oft aufgefallen ist, ist, dass es hier kaum Musik gibt. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil die Musik eigentlich nicht schlecht ist. Was ist hier? Okay, da komme ich nicht weiter, alles klar. Kann ich hier vorbeigehen, ohne dass die mich... Ja, ich kann da einfach so vorbeigehen. Wenn jetzt gleich hier gekämpft werden muss, habe ich natürlich ein kleines Problem. Ja, trotzdem, aber... Ein bisschen Musik hier und da schadet eigentlich nicht. Wirkt ansonsten... Manche... Also, ich meine... Es ist schon merkwürdig, wenn mir wirklich auffällt, dass gerade Musik da ist, weil nämlich halt ansonsten nie Musik da ist. Deswegen... Okay, die Dinger kann ich nicht zerstören. Gut, lassen wir es. Hier, die machen noch Magie. Alle Pilze zerstören, warum auch immer. Einfach nur, weil wir... Wir sind ein Pilzfeind. Okay, hier haben wir auch noch Magie. Ich gehe ja gerade einfach nur so lang, einfach nur um den Weg zu ebnen, quasi. Muscheln ist irgendwie großenteils einfach leider nichts drin. Was? Da kannst du Zeugs finden. Wo kann ich Zeugs finden? Du meinst jetzt in den Pilzen und sowas. Ja. Ja. Okay. Okay, also wir machen den Weg hier mal komplett frei. Wenn hier gleich richtige Gegner kommen, habe ich wahrscheinlich ein großes Problem. Oho. Oho. Okay. Das ist relativ viel Zeug. Oh, ich brauche keine Heiltränke. Das sind ganz nur drei Heiltränke. Oh, schau, das habe ich befürchtet. Lauft mal. Gute Nacht. Schlaf gut. Ähm. Okay. Kann man mal hier ein bisschen was wegschieben? Was habe ich jetzt da gemacht? Weiß niemand oder was? Ich habe gerade kurz nicht auf den Bildschirm geguckt. Boah, das ist fies. Holy fuck. Jetzt brauche ich die roten Tränke, die da hinten lagen. Holy. Holy shit. Willst du mir jetzt ernsthaft erzählen? Ich habe nur noch neun Leute. Okay. Habe ich bitte irgendwo die Möglichkeit, mir neue blaue Leute zu holen? Also Schergen. Ja, dort hinten. Zu gütig. Komm mal her. Gnarrl heißt der Kerl, der immer mit dir spricht. Ein Schergenmeister. Okay, Gnarrl. Ich hätte zwar Gnarrl gesagt, aber Gnarrl. Gnarrl. Den Namen habe ich innerhalb von 10 Minuten wieder vergessen. Hi. Dann pack mal einer noch mit an. Ich nehme stark an, dass ich weiß, wo die lang gehen. Gehen die rechts? Moment. Ich würde jetzt an links denken. Gehen die rechts? Okay, ich weiß halt wirklich nicht, was da eben passiert ist. Oder was die... Okay. Ich muss irgendwie den Weg da freikriegen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Vielleicht, indem wir das Ding hier wegnehmen. Ja. Okay. Gut. Damit hätten wir das auch erklärt. Damit wissen wir auch dies. Ich bin nicht mehr so lebendig, ne? Mhm. Ich bin irgendwie ein wenig, ähm... Der Wasserstrahl eben, der hat mich irgendwie ein wenig nass gemacht. Okay. Mir fehlt hier einer. Warum fehlt... Nee, doch, jetzt sind alle da. Okay, alles klar. Alles gut. Alles zerstören, was wir finden können. Hier können wir wieder neue blaue holen Okay Wollen wir gerade gar nicht Ähm Okay, that's bad Okay, was sollen wir tun? Mir gefällt das nicht, dass ich das anscheinend nur mit blauen Schergen machen soll Wie bei allen Kreaturen liegt der Schwachfunk zwischen den Ohren Zieh auf den Kopf, Meister Ja, ja Zieh auf den Kopf, schön und gut Ja, ich verliere eigentlich einfach nur blaue Schergen Ah Essie Essie Ich habe also noch eine andere Wahl So, könnt ihr Braun mal mit mir kommen, bitte Versucht euer Bestes, Jungs Das Gefühl, das wird einfach nur ein Zehren, der Kampf Ach so Äh, ja Perfekt Helft ihm Wir überdenken das Ganze jetzt hier nochmal Scheiße Also die blauen Nein, 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 die blauen gehen wir da unten hin Bleiben da Und die brauen, die kommen jetzt mit mir Der Punkt ist, ich weiß nicht, wo die sind Also die Fernkampfer von Diasazin, ich weiß nicht, wo die sind Ich habe hier nur den hier Ich sehe hier nur den Das ist der Punkt Ich sehe, ich habe ein blaues Feld Hier ist blau Und da ist weiß Ich habe keine Ahnung, wo denn die anderen sind Das ist, äh Ich weiß, dass ich auch noch rote und dinge habe Aber ich sehe ja hier nur die beiden Deswegen Ähm Da nur drei von denen Ja Puh Ja, ja Ich hoffe, du kriegst nicht ein Leben noch dazu Ähm Nein Komm zurück Nein Ich bin so ein Idiot Was soll der Scheiß Was tue ich denn da Oh Gott Ich weiß nicht, was ich da gerade tue Oh, das wird ein reines Minion verschwenden Ja, was soll der noch rein Das Minion verschwenden Ähm Naja Aber selbst bei der Rettungsaktion Sterben immer massenweise von denen Also das ist, äh Das hier ist jetzt gefährlich Kommt mal her Alle Blaue Braune Ich bin hier Kommt alle drauf Killt ihn einfach Dankeschön Sammelt eure Scherchen und holt das Nest da raus Ich bekomme schon vom Zusehen nasse Füße Ja, und genau hier haben wir unser Problem Ha Wir müssen hier mit 10 blauen rüber Und wir haben nur noch 8 blaue Kristalle Und wir müssen uns da comigo Und wir müssen naJa